Eine extrem schwierige Marktsituation für euch erklärt. Hallo Leute und herzlich willkommen zu dem Video. Ich hatte es gerade in meinem World Cup Livestream. Wir haben diese Situation erlebt. Ich habe an dieser Position einen Trade gecallt. Man muss dazu sagen, fairerweise, ich habe den Trade gecallt mit. Das ist ein klassischer Trade, den wir mit 4 bis 6 Ticks mitnehmen. Warum habe ich das gecallt, dass das ein klassischer Trade mit 4 bis 6 Ticks ist? Wenn wir uns mal anschauen, wie der Markt vorher lief, sehr schwach, verschachtet, wir hatten keine große Bewegung. Dann haben wir eine Seitwärtsphase gebrochen. Wir haben unseren klassischen Pullback gemacht. Der Markt ist bei den Rücksetzern stark exhausted. Dann kamen die Käufer rein und dann hat man, kurz bevor die Kerze geschlossen ist, hat man schon gesehen, dass dieser Move entstehen wird. Dann habe ich den Trade gecallt und dann hat der Markt auch Boom gemacht. Aber ich habe nur gecallt 4 bis 6 Ticks. Warum habe ich nur 4 bis 6 Ticks gecallt? Ganz klar, die Marktsituation hat vorher nichts anderes hergegeben. Das war eine nicht zu erwartende starke Bewegung. Aber nichtsdestotrotz, man erkennt diese Bewegung. Das ist das, worauf es ankommt. Diese eine große Bewegung, das hier, das ist nicht wichtig im Traden. Es ist nicht wichtig, dass ihr solche Bewegungen mitnehmt, dass ihr quasi hier reingeht und da rausgeht. Und das ist auch unrealistisch. Das schafft man nicht. Aber was man schafft, ist konstant Trade zu erkennen und konstant zu traden. Und das ist auch das, worum es bei meinen Ausbildungen geht, worum es bei Patreon in meinem Live-Trading rumgeht und worum es auch bei meinem World Cup Live-Stream geht. Es geht darum, konstante Trades zu machen. Keine Gamble-Trades, sondern mit immer wiederkehrenden Setups, mit einem einfachen Aufbau. Ihr seht im Hintergrund ja, ich benutze einfach nur einen 5 Minuten oder 1 Minuten Footprint-Chart. Ich brauche dazu keine weiteren Charts. Es ist genauso clean, wie ihr das Ganze hier seht. Auf einem Monitor auch nur mit einem Laptop tradebar. Ziel oder Sinn der ganzen Sache ist es, so simpel wie möglich zu traden und immer wieder die gleichen Trades zu machen und immer wieder statistisch relevant einen Vorteil zu haben und immer wieder seinen Trade so einzugehen, wie man ihn schon tausende Male davor gemacht hat. Weil dann hat man eine Edge im Markt. Geht man wahllos irgendwo in den Markt rein, hat man keine Edge. Und es ist so wichtig, dass man eine Edge hat. Und das geht nur über Konstanz und immer wieder dasselbe machen. Konstanz und immer wieder dasselbe machen, bedeutet aber auch harte, harte Arbeit. Und ihr braucht Zeit, euch den Markt anzugucken. Ihr braucht Zeit am Tag. Ich empfehle mindestens 2-3 Stunden jeden Tag, damit, wenn der Markt gerade in der Seitwärtsphase ist, wenn ihr am PC geht, müsst ihr warten, müsst ihr Geduld haben. Das heißt, dann braucht man die Geduld. Aber die Geduld zahlt sich aus. Es gibt Tage, da macht ihr vielleicht 30 Trades. Es gibt Tage, da macht ihr 3 Trades. Aber die Trades an sich müssen konstant und reproduzierbar sein. Wie ein Tag ist, ob man schwacher oder ein starker Tag ist, ob man mehr oder weniger Trades macht, darauf haben wir keinen Einfluss. Wir haben aber Einfluss darauf, dass wir immer wieder dieselben Trades machen. Und das ist quasi das, was ich euch beibringe. Ob ihr das jetzt etwas langfristiger machen wollt oder etwas kurzfristiger, das ist egal. Das gibt es beides. Für beides habt ihr quasi die Möglichkeit, das Ganze zu machen. Das liegt dann ganz bei euch, wie ihr das machen möchtet. Wenn ihr dazu irgendwelche Fragen habt, schreibt mir gerne bei Discord. Wenn ihr Interesse am World Cup habt, schaut auf meiner Homepage vorbei, traden-lern.org. Alles unter der Videobeschreibung verlinkt. Oder schaut in meinem Live-Trading-Rum vorbei. Dann lernt ihr konstant zu erkennen, wann der Markt hier Boom macht. Natürlich die Bewegung, wie groß die ist. Und dass es so ein gigantisches Boom ist. Das kann man in dieser Situation speziell jetzt nicht predikten, dass ein Move kommt. Ja, man sollte mit 4 bis 6 Ticks rausgehen. Dass daraus mehr wird, kann man nicht predikten. Wenn man jetzt sagt, ich gucke mal und gehe dann raus, ist das auch okay. Ich arbeite bei sowas mit festen Targets. Das heißt, wenn der Markt hier Boom macht, bin ich hier schon quasi wieder raus. Das heißt, dann könnte man hier nicht drauf reagieren. Würde man ohne festes Target arbeiten, klar, man würde so eine Bewegung sehen, dann würde man nicht sofort rausgehen. Das auch, aber das war jetzt festes Target angezeichnet oder erklärt. Und deswegen erkläre ich euch raus, warum ich das gemacht habe oder was da klappt. Das ist natürlich jetzt kein Trade, den man im World Cup macht. 4 bis 6 Ticks ist zu klein. Das war aber gerade in der Situation nicht mehr absehbar. Deswegen machen wir dann auch beim World Cup kleinere Trades, die wir dann mit einem zweiten Konto machen, was nicht beim World Cup getradet wird, weil das gebührentechnisch nicht lohnt. Dann machen wir ganz normales Live-Trading in der Zeit, bis wir wieder einen Trade haben, den wir beim World Cup machen. So läuft der Patreon World Cup oder Patreon oder der World Cup Stream ab, je nachdem, was ihr euch entscheidet oder an was ihr Lust habt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wichtig ist, eine Edge zu haben und immer wieder dasselbe zu machen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Macht's gut. Bis bald.